herzlich willkommen zu einer neuen ausgabe der klemm baustein lyrik und das hier kommt dabei raus wenn man die fans fragt naja also der reihe nach die fans wurden befragt nämlich was ein ucs modell bitte werden sollte und das war nämlich ende 2019 anfang 2020 und dabei ist herausgekommen dass es ein republic ganz schiff werden soll ich hätte mir eher die nebulon b gewünscht aber wer ich bin ja auch nur eine von vielen stimmen gewesen nichtsdestotrotz hat lego was ordentliches daraus gemacht nämlich 3.292 teile haben sie in die hand genommen das ganze in eine packung gesteckt dann verlangen sie jetzt dafür 350 euro und das bedeutet einen teile preis von 10,63 cent das ist ja wenn wir es mal mit dem 80 80 und ein paar anderen modellen letzter zeit vergleichen ja nicht günstig aber ist sogar noch eher unteren level was nicht heißt dass das das rechtfertigt aber das muss jeder für sich selber entscheiden 2021 ist es jetzt erschienen wir sehen hier sind ein paar große teile dabei lego selber sagt da wären mit die größten lego teile die lego jemals erstellt hätte mit drin ja sind ein paar große teile dabei die haben wir aber auch schon teilweise in anderen sets gehabt wer sich jetzt fragt das republic ganz schippt wo war das denn nochmal ja ich musste auch selber erstmal wieder reingucken und habe mir immerhin episode 2 angriff der klon krieger mal wieder reingezogen und festgestellt dass ich den film ewig nicht mehr gesehen habe und mich überhaupt nicht mehr daran erinnern konnte wie joda am ende damit der ganzen klonarmee inklusive eben zahllosen republic gun chips zur rettung eilt und ja da hatten die da wahrscheinlich vor allem noch keine aufkleber drauf wir sehen hier ist eine menge die werden wir gleich natürlich am fertigen modell sehen und es ist eben nicht nur das schild ja und tatsächlich das gute teil was wir jetzt hier nach ungefähr sagen wir mal sieben stunden bauzeit vor uns stehen haben das ist tatsächlich sehr ähnlich dem was dort im film passiert bzw es ist bei clone wars wohl auch noch ein paar mal dann zu sehen nicht ganz so schön rot mehr im original das ist eher dann so ein orange geworden mehr dreckig aber gut da kann man es natürlich auch einfach mal in sand fallen lassen bisschen dadurch ziehen dann sieht das wahrscheinlich ähnlich aus wir sehen aber hier auf jeden fall und das ist das was das ganze besonders herausragend macht es ist groß und luftig aber erst mal zur größe 33 cm hoch 68 cm lang und 74 cm breit da muss man auch platz haben um das gute teil irgendwo hinzustellen zwei mini figuren sind dabei die ja eben in anderer form teilweise schon da bei lego erhältlich waren man wollte wohl keine wirklich neuen figuren reinpacken mace windu haben wir hier mit grinse gesicht mit offenem mund hatten wir so noch nie und in neuer form ein clone trooper commander der passt eigentlich ganz gut zur 501 und wie wir gleich sehen werden wenn wir den helm abnehmen hat auch das gesicht das neue von den klonen ist nett schön gelb also könnte theoretisch auch bei dhl anfangen da ist das neue gesicht und ja lego wie gesagt sagt wohl ja ob sie wirklich so nett sind dass sie die guten neuen minifiguren nicht in so teure set reinpacken wollen weil dann ja die leute irgendwie das nicht finanzieren können ja das glaube ich immer nicht so richtig aber gut wir werden es also wahrscheinlich bei anderen sets andere figuren mal sehen wir sehen gerade was für auch möglich ist das modell hochzuheben vom dem ständer hier da haben wir das schild groß mit dem aufkleber versehen die beiden minifiguren links und rechts davon können einfach hingestellt werden und dann haben wir dahinter eigentlich wirkt es so ein bisschen eher filigraner aber es sitzt doch erstaunlich fest drauf und das hier dieser weiße pinökel da ist das ist auch gut so weil der passt genau in ein loch da wo ich das für den finger gerade hinzeige und das sitzt gut also es ist natürlich zum glück auch nicht sehr hoch das heißt es muss auch nicht jetzt so richtig alles stabil halten weil es liegt vorne fast auf hier sehen wir es jetzt gleich aber zum hinstellen und so ein bisschen in pose bringen wirkt es eigentlich wirklich nett und da sehen wir wieder jetzt also dieses kleine teilchen hinein passt kann man wunderschön eigentlich draufsetzen das ist wenig fummelei weil es wirklich nur diese eine ist wo es drauf kommt so dann gucken wir mal ein bisschen bisschen poppig ist er von vorne dieses hellgrüne da bin ich mir nicht sicher ob das das original noch so hatte habe ich jetzt im film nicht so gesehen aber im original sind auch vorne diese zwei kanönchen sehen wir auch schon es ist kein spielmodell das ist ein ucs hinstellen modell das heißt wenn man dazu vorne zu sehr an dem ding zieht dann ist auch mal was ab und man kann sie so ein bisschen verschieben ja dann haben wir hier oben zwei cockpits die werden uns gleich noch mal genauer angucken hier sehen wir aber überall diese aufkleber die immerhin teilweise zumindest mit so transparenz folie mit versehen sind so also dann die farbe des untergrundes gut durchscheinen lassen um nicht zu sagen komplett übernehmen und damit also hier farbabweichung an den stellen zumindest vor durch die aufkleber nicht zu erwarten sind hier sehen wir wir müssen das cockpit richtig abnehmen da ist also jetzt kein irgendwie klappmechanismus dafür immerhin kann man hier den sitz leicht verschieben und wenn mir hier schon mal ein bisschen was abfällt kann ich mal zeigen wie es hier teilweise gebaut ist ist eigentlich ganz interessant weil wir hier wie wir sehen so auch zum beispiel um dann die schiefheit da rein zu bekommen so ein kleines klappelement drin haben und ja viel so snot technik wenn man das noch so nennen möchte hier verwendet wird um dann die karosserie entsprechend darzustellen ja so ein standard pad hier vorne jetzt nichts wirklich neues besonderes und ja wir können immerhin eine minifigur reinsetzen hier haben wir den guten windu mal reingepackt und ja da muss man allerdings den hinten da den sitz so ein bisschen nach vorne schieben dann klappt es auch mit der mit der abdeckung es wirkt nicht so richtig so als wenn es minifigur scale ist ist es sicherlich auch nicht so richtig aber ja immerhin passen sie rein und es sieht dann nicht wenn sie drin sitzen so beide wieder drauf gepackt und wir sehen dass beide sich unterscheiden das sind zum glück keine aufkleber sondern das ist bedruckt und wir sehen der obere hat ein bisschen weniger blick als der untere immerhin nicht die gleichen so dann haben wir hier oben noch so wahrscheinlich sind das antriebsaggregate die da sind diese aufkleber den fand ich ätzend der da so oft über dies rund geht aber da genaue position finden muss ja und auch hier sieht man dass das grau nicht genau hinkommt wenn es dann so nebeneinander ist aber es ist auch nicht so dass es mich wirklich stört dann haben wir hier noch so kapseln in den flügeln drin die lassen sich allerdings nicht öffnen also da kann man so ganz bisschen dran rütteln rütteln aber das war es dann auch also dass da ist noch was drin da sehen wir auch dass da so ein paar kanonen da drunter sind also ein paar waffen ja also die sind wirklich nur zum angucken das ist anders bei diesen kapseln vorne also diese geschütztürme hier die kann man tatsächlich öffnen dabei fallen sie aber gerne auch mal auseinander die finde ich sind ein bisschen sehr filigran gebaut man soll sie auch abnehmen können ich glaube das ist eher in dem werbepapier deswegen so gesagt weil sie eben gerne auch mal abgehen dann kann man sagen nein das ist nicht instabil das soll so damit man es auch abnehmen kann so wie ich es hier gerade mal sagen wir mal so abgenommen habe so jetzt wieder zusammengebaut das geht natürlich fix und ja mit ein bisschen fingerspitzengefühl können wir es tatsächlich aufklappen da sehen wir ein sitz da hinten drin ja wir sehen vorne so ein paar griffe aber wie schon erwähnte das ganze eher etwas wackelig erst recht weil das ja hier so zusammengeklappt ist ist allerdings auch eine ganz interessante bautechnik also um hier diese rundung hin zu bekommen hat man hier diese gelenke eingebaut und klappt das dann eben eher einfach nur so zusammen das hat vorne dann auch gar nicht so dass es zusammenhält so kann man es dann auch wenn man will unbedingt irgendwie wieder aufklappen wüsste nicht warum aber es geht der sitzt da drin der hängt auch nur so an zwei noppen also damit sollte man auch nicht zu sehr damit rumhantieren da sehen wir auch der der passt schon von der minifigur scale nun gar nicht mehr so also ja könnte man reinsetzen aber die minifigur guckt dann schon so halb nicht mehr richtig rüber ja vorne hier das soll glaube ich dann das geschütz sein was da vorne dranhängt die kugeln selber sind wieder bedruckt muss man ein bisschen gucken übrigens das sind andere bedruckungen als bei den kugeln in den flügeln dass man die nicht verwechselt nun gut ist auch nicht schlimm aber sollte man trotzdem vielleicht wenn man es ganz akkurat haben will darauf gucken ich musste sie einmal wieder umbauen weil das tatsächlich verwechselt habe hier sehen wir dass wir hinten die abdeckung so ein bisschen zur seite schieben können damit der laderaum hier richtig groß wird also da kann man natürlich wirklich eine ganze klonen armee reinpacken benedikt hört zu also da ist ordentlich raum dafür da unten sind ja ein paar noppen da kann man sie reinsetzen wir sehen da auch diese lüftungsschlitze die da hinten drin stecken wir haben das so ja so gitter elemente wir haben da auch so ein paar wo man irgendwie vermeintlich drauf drücken kann so anzeigen da drin da ist aber nicht sonst viel los also es wirklich nur ein großer laderaum der ist aber wohl auch im original nicht wirklich jetzt mit entertainment gefüllt also auch wenn ich das im film noch richtig in erinnerung habe dann ja stehen die da einfach und warten darauf dass sie in den einsatz gehen immerhin lassen sich diese kugeln einklappen so wie ich jetzt hier gerade mache und dann hinten das verdeck wieder vorzuziehen vorne geht das verdeckt nicht zu aber ich habe hier mal das seitenelement vorne rausgenommen was nicht eigentlich so vorgesehen ist das muss man wieder rein fummeln aber da sehen wir das vorne immerhin wo man mit der kamera hat eben nicht so richtig ran kam weiterer so ein kleinerer raum ist da ist sogar so ein torbogen um zu zeigen dass es wirklich so vorgesehen dass man da was reinstellen kann da wird ein tick bunt da vorne da sind dann auch diese geschütze vorne so ein bisschen reingeklickt aber immerhin ist es so dargestellt dass es da vorne ein bisschen eine eigene räumlichkeit noch hat da ist aber sonst nichts drin so hier habe ich auch noch mal so ein seitenelement von diesen klappelementen abgenommen dann sehen wir noch mal den mechanismus wie das funktioniert das ist jetzt nicht wirklich raketentechnik also da ist einfach diese lange technik stange die dann hier sieht man es eben entsprechend verschoben wird durch diese zwei gelenke die dann wiederum an pins hängen da hinten oder an so einer achse hängen hinten haben wir noch eine weitere öffnung gut wenn man von vorne drückt dann kann ich auch mal rausfallen aber das ist mir wirklich nur einmal passiert also die hält tatsächlich eigentlich ganz gut allerdings hat sie nicht so richtig griffe und sie hängt auch nur so an pins also wenn man zusätzlich mit wackelt dürfte sie auch mal aufgehen also der verschluss ist da eher etwas locker gehalten hinten da finden wir auch noch ein geschütz so und wenn wir jetzt hier so ein bisschen daran prökeln ja dann geht es auch mal sauber auf siehste könnte man theoretisch sogar rein fahren und dann können wir da reingucken ist jetzt nicht viel los aber wer zum beispiel mal das richtige crossover leben will der stellt da ein stanzrad rein oder lässt mit dem stanzrad da mal fährt da mal rein ja genau das warum nicht alles möglich weiß nicht ob ich das auch noch mal ausprobiere so ja das ist es so von hinten wir können noch mal oben uns ein bisschen das angucken da finde ich zum beispiel ganz schön wenn wir das noch mal zuklappen da diese lüftungsschlitze die da oben sich befinden hier die einfach durch diese eckelemente generiert sind aber wirklich wie so eine lüftungsanlage aussieht und eine die einzige wirklich richtige funktion die wir haben ist das hier diese geschütze beziehungsweise Bomben oder was das sein sollen wo immerhin wenn man auf einer seite dreht die andere seite auch dreht dann fahren wir noch mal über diese antriebs stangen die da oben dran hängen die sind auch dann über pins verbunden und dann noch mal ein bisschen fixiert es ist wirklich eigentlich ich wackele hier mal so ein bisschen fest ich hatte ein bisschen gedacht dass diese flügel sich noch ein bisschen bewegen lassen aber die sind einfach starr also da lässt sich nichts tun hier haben wir noch mal einen blick da sehe ich gerade dass da ein Element mir abgefallen ist aber auf die untere seite der flügel da sind auch hier sehen wir es auch bei den türen übrigens noch so kleine bomben oder was das dann darstellen soll und ja also wenn man die richtige stelle hat wo man es anfasst kann man es auch wirklich gut durch die gegend tragen am besten fast man rein in das modell da ist so eine tonne wenn man so will die da oben raum hängt da die macht man dann gerne aber muss man einfach nur wieder festdrücken allerdings ist dort auch nicht der schwerpunkt das bedeutet das sehen wir gleich dann muss man doch mit der zweiten hand irgendwie das ganze noch mal fixieren es ist großteils wirklich schön massiv nur eben diese kugeln tatsächlich vorne die sind mir öfter mal was abgefallen und dieser diese klappe hinten die macht auf mich den eindruck als wenn die sich durchaus im größeren gefecht was natürlich niemand machen wird weil man stellt einfach nur hin aufgehen könnte auf dem board da muss schon altbeben kommen damit da entsprechend was passiert so wir drehen das gute teil noch mal da sieht man übrigens auch wirklich wie wie breit ist ja dann auch ist durch diese flügel und damit dann tatsächlich sich so ja einige möglichkeiten das ding hinzustellen wahrscheinlich auch gleich schon wieder ausschalten weil es einfach zu breit ist so da sieht man ja ich muss ein bisschen halten einhändig geht also nicht aber ja mit zwei händen kann man dann so ein bisschen das ding hier zumindest also sogar auf den kopf stellen da fällt nicht groß was ab gerade wenn hier natürlich auch in dem transporter nichts ist das ist vielleicht auch noch so ein kleiner kritikpunkt da drin ist eben einfach nur leere luft aber kommen wir gleich noch zum fazit kurzer blick noch mal in die anleitung die wie immer auch wenn man möchte auf deutsch herunterladbar ist zumindest der teil der mit buchstaben versehen ist und wir werden hier sehen ein bisschen gibt es hier auch was also einmal eben zu diesem fan voting hier sehen wir auch das original noch mal da sind wir tatsächlich auch vor uns was grünes sehe ich nicht aber dieses rote da bei dem cockpit das hat man tatsächlich hier also nicht mehr so schön sauber aber da ist zumindest was und da sehen wir auch hier oben diese elemente also ja da hat man sich schon ganz gut am original orientiert bei der größe hat man dann natürlich auch viel mehr möglichkeiten da sehen wir noch mal die designer wir sehen auch noch mal wie das teil zum beispiel hier bei episode 2 dann auftaucht und sogar das finde ich ganz interessant so ein paar schnittzeichnungen wie sich glaube ich dann disney beziehungsweise lucas arts das ganze mal gedacht hat und wie dann so die überlegung war da sehen wir auch mit dieser tür hinten das ist auch tatsächlich da vorgesehen auch mit diesen schlitzen die in der tür drin sind also das ist nichts was man glaube ich im weltraum mit dem ding rumfliegen sollte oder wie machen die das denn dann kann die kamen doch eigentlich aus dem weltraum ich habe keine ahnung da müssen sie alle ja erklär mir dass einer ich weiß es nicht wir sehen wer entweder es gebaut wird das ist jetzt wenig überraschendes von unten nach oben von innen nach außen und ja es ist bis auf darauf dass da ja sich so ein bisschen mal was wiederholt mit diesen flügeln natürlich und auch mit diesen antriebsmotoren oben eigentlich ganz gut der bau macht spaß also weil es auch große teile sind man schafft großteils was weg und hat schon schnell was großes auch in der hand so apropos machen wir doch das fazit es ist groß es ist auch mal wieder was neues als ucs modell es ist immerhin schon einige jahre her nämlich 2013 dass das letzte mal ein republic gunship in groß da war und das war auch deutlich kleiner es hatte nur etwas über 1000 teile hier sind wir ja schon bei fast 3300 und das merkt man natürlich dann auch es ist wirklich sehr geräumig schöner stabiler aufsteller obwohl es nicht so aussieht natürlich der preis ist wieder star wars mäßig hoch und da gibt es bisher auch noch keine rabatte mal sehen ob das noch mal irgendwo anders auftauchen wird wo man doch mal günstigeren preis bekommt aufkleber bei solchen teuren modellen sind natürlich auch und wirklich viele auch also sah man ja vorhin bei dem bogen ein bisschen filigran an einigen wenigen stellen also diese geschütztürme vorne diese runden und was ich wirklich schade finde ist das drin so gar nichts los ist also das ist klasse transporter was will man auch großartig jetzt noch ein whirlpool einbauen aber ich weiß nicht da denke ich mir da hätte ja ich finde es einfach sehr sehr luftig aber gut vielleicht ist das gerade für den fan das was er will schreibt gerne in die kommentare wie ihr das denn seht das war es dann auch für heute wir hören und sehen uns dann bald wieder vielen dank an lego für das rezensionsexemplar bis bald und tschüss